Jetzt zeigt man keinen Fehler an. So, wo ist mein Zug? Wo ist mein Zug? Ah, der fährt gerade runter. Das ist praktisch, weil der da gerade runterfährt. Jetzt haben wir noch ein paar unbesetzte Wasserturbinenknoten. Da haben wir eine Unrein, nochmal eine Unrein, da haben wir normal, Unrein, normal, Unrein, Wasserturbinenknoten, wollen wir schauen, Strom, Wasserturbine. 40. 40. Das heißt, wir brauchen nur modularen Rahmen und Roterblätter. Könnte ich schön holen gehen. Und dann lass mal den Zug aufbauen. Also, das geht noch bis zum HP. Und dann noch der Schöpfung aufbauen. Wenn wir schon mal runterblättern. Dann fern wir jetzt mal ab. So. Dann bin schon mal runterblättern. Oder bei der Ausschuss-Gins-Dinge hier. Pro Tour. Genau. Zum Bahnhof beim Lettinger Tube. Wo wir ein Zentrallager rauf müssen. Ups. Ups. Passt ja nicht gesprungen. So. Wie schaut's jetzt aus mit dem Zug? Wo ist mein Zug? Mein Zug. Wo ist mein Zug? Ah, am Retourweg. Sehr schön. Biologisches Wasser haben wir hier nochmal. Da machen wir biologisches Wasser. Normal. Auf der Plattform da oben. Sehr interessant. Hier nochmal nochmal. Da unten. Rein. Ah, okay. Muss ich mal anschließen. Die muss ich wohl mal anschließen. hier. Hier. So. Normal. Normal. Rein. Stiratit. Rein. Rein. Im Sumpf. Super klasse. No. Rein. Oh. Der Kopf ist schon da alle. Hm. Ah. Ich bin jetzt schon wieder dran hier. 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 Ich bin jetzt schon wieder dran. Oh, ja. Bin jetzt schon wieder dran hier. attending floss. Es war nicht ganz dein Fatal. Saghaft. Daslegtvasst Oha, das ist das Erdgas, das zweite müsste dann Bevelpolierer sein. Oha, das ist das Erdgas. 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 So, das ist das Erdgas. Oha, 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 das ist das Erdgas. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schaut es da aus. Okay. So, jetzt muss ich zurück in die Fabrik, die Kupferfabrik. gucken, wo da der Fehler ist. Ist das irgendein Fehler, der sich eingeschlichen hat? Irgendein Fehler hat sich dort eingeschlichen. Gehen wir zu Fuß. Gehen wir zu Fuß. So. Ich habe schon mal ein bisschen zweit reingesetzt. Schaut aufs Glas. So. Also. Saphirit steht schon wieder. Also steht das Saphirit schon wieder. Das ist 100% schon wieder ein Fehler drin. 100% hat sich wieder ein Fehler eingeschlichen. Saphirit geht hier rein. Hier kommt Kupfer raus. Kupfer geht weiter nach hinten. Und hier steht, weil verträgt das Wasser. Ui. Also. Verdrecktes Wasser. Voll ist. So geht das verdreckte Wasser nicht weg. Irgendwann wieder Wasserüberschuss. Wetten, dass ich wieder Wasserüberschuss habe? Okay. Es ist nichts. Wollen wir mal nach oben. So. Wasser geht nach oben. So. Hier geht das Wasser rum. Geht hier rein. Und hier müsste jetzt eigentlich... Geschmulzertes Kupfer ist zu wenig. Geschmulzertes Kupfer ist zu wenig. Geschmulzertes Kupfer ist zu wenig. Aber so bist du schon wieder geschmulzertes Kupfer. an. Gereinigtes Kupfer, Null. Gereinigtes Kupfer, Null. Wieso? Wo? Warum? Wieso kommt da wieder kein gereinigtes Kupfer an? Ah, weil es verdreckte Wasser voll ist. Es kommt nichts an, was verdreckte Wasser voll ist. Ah, Gott. Oh, Mann. So, lauft hier alles voll? Wieso filtert der hier nichts? Wieso filtert der hier nichts? Ah, jetzt wird er wieder bleiblich. Ich krieg doch den Vogel, krieg ich. Jetzt fällt ich wieder bleiblich. Ich will mir alles, wenn wir alles voll und dann rein gehen. Ich glaube, es ist noch ganz dumm. Ja. Ja, rauscht hier, das ist doch dasselbe hier, oder? Das ist falsch. Da ist gerade der Nickel drin. Was ist da drin? Gereinigtes Eisen. Und hier ist gereinigtes Eisen. Ah, da ist der Hund. Alles unbestimmt gehört da rein. Ich Schaf. Irgendwo hier hängt's. Irgendwo hier hängt's schon wieder. Oh, ne, da ist er wohl nicht wahr. Was ist er wohl nicht wahr? Ist er wieder so ein Mini-Pfitzelchen? So, was ist hier? Zink. Also, ein bisschen ausgeschrieben, weil es unbestimmt hier. Gereinigtes Zink. Und hier stottert's auch. Ach, Walter. Oh, oder? Oh, jei, jei, es gibt's aber nicht. Das unbestimmte... Das ist immer tot. Und... Gereinigtes Kupfer. Ach. Hier stottert er auch. Ja, klar. Wenn da so ein kleines Witzelchen drin ist, ist das nicht wahr, oder? Ah, wo man denn wieder hinbaut? Gibt's ja wohl nicht. So, was ist hier drin? Nickel muss das sein. Bitte, unser unbestimmte Links-Nickel. Ach, Quatsch. Gereinigt der Nickel. So. Gatt. Ah, wie scheuer. Das gibt's ja wohl nicht. Stottert das hier irgendwann aber irgendwo? Nee. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's! Mann, 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 Mann. ich muss also keine fehler einschleichen müssen hier das wasser jetzt geht's weg jetzt geht's weg so 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 Sehr schön, es läuft jetzt wieder, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, wie schaut es jetzt aus mit Kupfer aus? Gerät der Kupfer, kommt zumindest schon mal an. So, wollen wir mal schauen, aufgereinigte Kupfer. Jetzt müsste es von hier kommen. So, wie sieht das Wasser aus? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und tschack. Autosave, autosave. Tudel, tudel, tudel. Ah, auf Steam, da blinkt was. Steam? Irgendwie mit Schreppen auf Steam. So, wie schaut's jetzt hier aus? Die Kupferplatten, die von unten kommen. Die unteren Etage. Und hier produzieren wir die Alklaut-Aluminiumplatte. Das ist schon mehr als genug. Die Kupferplatten. Die Kupferplatten. Die Kupferplatten. Die Kupferplatten. Die Kupferplatten. Die Kupferplatten. Alle Kupferplatten. Warum läuft das hier auch? Fischine. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, bis schau. Oh, bis schau. I think it's so cool. 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 Oh, okay. Okay. Oh, gut. Okay. 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 Alright. Okay. Okay. So, ein bisschen Strommast. So. Da unten im Fluss unten, das sind neue Welche. Da könnt ihr mal runtergehen. Müsste ich in die Richtung. Hm, da hat jeder drin. Oh, wenn es weitergeht, werden wir Gasmaskefilter herstellen. So, gerade die Kucke. Oh, natürlich wurde komplett verfranzt. Nicht um eine Orientierung. Typisch. Ist ja wieder typisch. Ist ja wieder typisch. Ist ja wieder typisch. Also, für uns abwärts. Was ist das? Du bist so glücklich, dass du den wichtigsten Arteffekt hast. Kompli! Unten müsste es einmal etwas sein. Was ist das für Felsen hier? Ah, da unten ist er. Da ist auch eine gelbe Schnecke. Da ist auch eine gelbe Schnecke. Sehr schön. Ah, das Wack, das hinten habe ich schon geholt. So, Karte schauen. Angeschlossen! Alle angeschlossen hier, die haben wir auch angeschlossen da. Die hinten sind aber keine. Außer, da hinten hinten auch noch welche übersteckt. Aber die haben nicht das, wo da hinkommt. So, wie sieht es genau aus? Pass zur Turbine. Hier haben wir Unreine. Unrein. Unrein. Mal gleich mehrere nebeneinander. Alle Unrein. Ja, die bringen alle Strom. Das ist genauso wie hier. Hier, das oben, da oben sind massenhaft. Alle Reihen. Und unterhalb vom Wasserfall sind einmal lauter Normale. Normal. Und da sind auch noch mal welche. Normal. Einige. Da am Flüssen entlang. Normal. 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 Mal da einmal. Auch normal. 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 Und da hinten habe ich keinen Radarturm. Und hier müsste eigentlich die Dingensgrotte sein. Hier müsste es ja auch noch Öl geben, glaube ich. Oder? Oder ist es da? Oder ist es da? Oder ist es da? Oder ist es da? Unten? Da unten könnte es sein. Da, glaube ich. Genau am Karten. Und da unten ist die Grotte. Da gibt es, glaube ich, nochmal Öl. Na ja, glaube ich. Also Natur machen wir. Gut. Schön. Aber hier wieder Strom angeschlossen. Sehr schön. Wunderbar. Schnicken hat sie ohne Ende. Den Sumpf. Den Formalitäten-Sumpf. Gut. Gut. hier kannst du machst hier müsste ich hochkommen hier müsste ich hochkommen so hat wieder den zug da war ich hier mal einen cut und danke fürs zuschauen falls jemand zugeschaut hat und bis demnächst